Das Problem ist wirklich, dass ich dann über den Taskmanager sehe, dass das Battlefield einfach 80% Prozessorleistung abgreift. Und ich verstehe nicht warum. Eigentlich darf es höchstens 20 oder so haben. Ich weiß gar nicht, wie ich meinst das. Kein Mann, guck mal, ruhig in die Luke. Ich hab den, Pieper. Guck, S-Gang. D ist einer außen, komm. Redling, redling, die blinken. Ich hab den S-Gang. P hab ich. Keiner bei C. Unten oben, siehst du das? Unten ist er bei C. Warte dir mal bei C ab, vielleicht kommt er. Aber lass das A machen. Das kann doch keiner mehr sein. Einer außen, Charlie. Einer guckt auf C, ja. Ja, außer auf dem Berg. Den jetzt am A-Spot. Der hat einen G-Spawn. Hat mich, was war das denn? Wow, unten. Oh, hat mich auch. Ich hab da nachgeladen. Das war aber echt krass. Charlie hat mich, zwei Stück. Und zwei sind bei B. A geht, genau. Ich hab einen B. Wir trampeln schon wieder ein bisschen drüber. Da noch einer. Oh, ich seh den nicht. Einfach auf C-Fort. Wieder ein Matona. Och man, das war die Tone. Wir sind da bei mir gespawnt. Schade. Oh, ich? Wir müssen uns jetzt noch auf Bahn einigen. Boah, was ist denn das für ein Bullshit hier, ey. Ab den her. Ich bitte. Oh, man bei Psy. Da ist der Connector. Connector, kommt der Connector, kommt der Connector. Hier kommt das Medikin-Zummel. Hat mich, hat er 28 Connector. Ab Kontrollen. Wir kontrollieren jetzt einsatziert Alta. Wir haben auch. Hast du den Connector? Nein, der Leben ist durchgelaufen. Nein, ich hab Charlie gehen. Bleib. Du darfst doch hier B und A machen. Ja, machst du außen? Ab beide, hinter A. Einer ist gar nicht. Aber da ist noch einer bei A. Einer durch, von außen. Zwei, drei ist gar nicht. Zwei, zwei, drei ist gar nicht. Oh, drei. Und zwei A außen. Drei hinter A. Drei hinter A. Da ist deine erste Hilfe. Setzen sich drei Mann. Außen rein, Skieradzeltel, glaube ich, oben. Ab einen Pieper. Genau. Das ist jetzt mal ein. Cushion jetzt mit drei zu A. Ja, einer ist mindestens A. Oh, fang. Noch einer, noch einer A. Den in der Banane. Einer lebt. Gut, danke. Last Bons bei A. Noch einer bei A. Boah, das gibt's auch gar nicht. Ab, alle bei A. Vibe. Oh, scheiße. Oh, ich bin schon hier, weißt du. Oh, mach, BGD. Ja, ja. Aber lass dir noch B jetzt. Sett mal bei A. Nein. Außen kommt schon was, da hast du dich. Ja, ich bin mit hier. Wo hieb ich? Hat ein Hit. Genau, das ist im Vortrag vor mir. Wieder hier gespawnt. Hol dir das Medi-Kit. Hat mich. Mann, das kann nicht sein. Außen kommt der. Läuft er raus? Ja. B außen, ja, kommt zu. Zwei Mann, zu C. Einen Pieper habe ich. Einen habe ich. Dann geht auf B. Setzen sich bei B, bei C. Zwei Mann. Ja, okay. Pieper, 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 so um sein. Go, go, go. Ja, einer. Hab ich nicht, ich komme jetzt hoch. Entschuldigung, Pieper, habe ich zu spät gehört. Hast du den Pieper? Nee, der hat nicht schon verliebt. Einer von oben noch, bravo. Sorry für den Wiesbauer. Einer ist A drin, down. Kommt noch was. Pieper, 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 habe ich. Pieper ist tot. Noch einer, noch einer. Belebt ihn. Zwei Pieper jetzt wieder. Connector ist oben. Den. Ich bin mit auf B. Da ist dein Medi-Kit. Connector ist oben. Ich habe auch noch zwei, direkt vorm Pieper. Bei diesen Glitch-Dingern. Kommt rein zu A. Einen habe ich, bin aber von hinter A down. Noch zwei am Leben. Dreht euch um bei A. Hast du auch, Basti? Na, da deckt mir ist da. Ja, zwei bei A. Müssen Lager sein. Äh, zwei Lager. War nichts rein? Nein, zu A. Na ja, beide angehltet, beide low. Hab einen A. Einen an der Flagge. Pieper, ein HP. Der ist durch. Connector, der geht oben. Hab den. Oh, ist noch einer bei A low. Lux, wir spielen viel zu wenig mit dem C-Spawn. Ja, ja, ich gehe schon raus. Bisschen leer. Ibar kommt runter, Klappe zu B. Wenn er noch nicht down ist. Ja, hat mich. Mit dich, mit dich, bei Alter. Einen habe ich. Wir müssen jetzt außen nach C gehen. Oh, ist einer Kingpin. Tot. Alter. Länger ging nicht. Einer ist gegangen. Hab noch einen beim Pieper. Kommt raus zu A, hat der Kingpin wieder. Ja, Respawns hier, zwei Mann. Gib mal ein B-Spawn blocken. Basti, nee, zieh dich mal zurück. Hab beide, hab beide. Oh, da kommt noch einer. Drei. B, 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 B. Ja, bravo, bravo. Drei außen C. Hab ihn nicht. Hab ihn? Hier. Hier außen C. Hast du doch alle, oder nicht? Pass auf, pass auf. Da sind auch Gegner, ne? Ich weiß. Oh, lol. Einer kommt durchs Lager rein. Okay. A. Wer kommt von hinten? Einer am Berg. Der hat mich direkt noch stehen geblieben. Jetzt kriege ich die und Tränen, ey. Oh, das haben wir zu viel verloren, das war schlicht. Warte, das ist sinnfrei irgendwie, was wir hier bewegen. Da auf, wie hier ohne. Ich halte ein super B. Okay, gut, dann bleibt ihr B. Dann machen wir jetzt A, oder was? Ja, weil B auch nicht. Banane, drei. Außen auch einer. Ausgezweckt. Einer hab ich S. Einer ist noch mal A rein. Oh, unten, wo E. Liefer von hinten. Liefer. Ich nicht. Ich bin aber auch kein Offizier von euch. Hab den. Jetzt erst noch zu A rein. Einer kann noch mal mal C rein. Hab den. Okay, ich bin so. Ich mach außen dicht. Einer. Hab den B-Sprang geblockt. Außen vor. B kommt von außen. Einer im S-Gang. B-Eingang. Ja, ja, zu spät. Jetzt in der Banane. Zwei jetzt in der Banane. Oder vor der Banane. Komm. Oben eins, der Zerl, sind sie. Komm, komm, komm. Ach, hinter mir. Hat mich. Sind bei B. Ah, einer A. Geht mal dazu, C, wenn's geht. Hat mich noch. Warum? Hat mich bei A. Hieb ich D. Hab den auch nicht. Er hat 14. Hab den. A geht auch. Hinter euch noch, oder? Oben läuft einer, aber ich geht schon weiter nach C. Hint euch, hint euch, hint euch. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Oh, alles von unten wieder. Mann, wie. Hier, das Medi-Camp. Aftung, eins auf der Bravo wohl erobert. Okay, einer ist auf C. Zwei, die spawnen hier bei C außen. Boah, hab ich gefuscht. Zwei Leute außen. Genau auf den Nachspawn gewartet und dann haben sie mich umlaufen. Ich hab Alpha, ihr könnt weiter hier. Einer ist nach 10. Charly. Machst du weh außen? Ja, Leute, ist los? Noch einer. Hab zwei. Zweimal, ja? Noch einer, vier Weisen. Boah, Pepe, nicht weglaufen. Sechs hat er noch. Na, ich wollte wieder umrennen. Was? In der Luft hat er mich. Jetzt und alles ist alles wieder voll. B. Oh, das, maaann. Erstmal gleich. Das war gerade komisch von dem Typen. Oh, zwei außen, Charly. Wir standen da beide in der Tür. Das bringt uns. Das sind wir nicht oben rum. Und den dann so wie jetzt... Oben bei mir den Vierer hat es der. Fünf hat B, genau der. Oh, nice. Von außen. A geht, B geht. Alter, ja. B hab ich. Dem war A-Trenner. S-Gang ist einer. A-Spawn. Eine A rein. S-Gang war die. Zweimal S-Gang. Noch einer S-Gang. Ein Charly. Die letzte war S-Gang. Geht A. Das war Psypi. Abgeschnappt. War zwei, glaub ich. Noch einer, noch einer, noch einer. Der ist low, der ist middle low. Hier links um die Ecke. Ja. Achtung, wir haben einsatzes Ziel. Hast du den Pfeffer? Nee. Oh, zwei B. Hab ich. Hab ich. Noch einer, noch einer. Drei. Konnektor. Drei sind B. Ich hab keine Ahnung, aber ich... ...treff grad gar nichts. Einer Banane. Und einer Pfeffer. Kommt noch was. Banane hab ich. Hier ist dein Medikett, Mann. Einer vor Pfeffer. Ja, zwei. Boah, hab ich nicht. Warte, fahrrad. Außen kommt was. Außen zu Charly, zwei Mann. Hast du auch noch einen links gewesen? Ja, hab mich hier außen. Noch einer aus dem WC. Geht man auf vier oder so? Hat mich vor A. Fieber. 48 noch. Ich glaub, der ist jetzt irgendwo dazwischen wieder. Ja, respawn S-Gang. Kommt einer. Einer unter mir am Berg. Den anderen hab ich. Kommt aber nicht noch mal hoch. Der Connector. Hast du für Zeit. Oh, der ist noch zwei. Zwei an meiner Leiche. S-Gang, ja. Einer nachgespawnt. Einer von denen hat zwei. Einen hab ich. Der andere ist low. Ja, einer aus. Bravo. Er hat belebt. Pieper. Der kommt aber an. Pieper ist drin, der ist drin. Der ist drin, der ist drin. Hab ihn. Noch einer. Ja, noch einer A. Da kommt was. Einer noch außen. Ja. Ist weg. Kopp ihn. Hab ich. Oh, noch zwei. Oh, wie viele waren denn da? Karte. Krass, ey. Ja, dann b-flosch und so. Kass. Was war das denn? Oh, Mann. Einer kommt drunter. B. Hab ich. Noch einer. B, noch einer. Oh, hab mich. Banane. Kopp ihn. Oh, das sind zwei. Hab mich auch. S-Gang. S-Gang ist noch einer. Ja, natürlich. Die Nase hat es verraten. Oh, die Nase scheiße geschmissen worden. Hab einen von S-Gang. D-G. Puscht A. Geh, geht jetzt nicht auf C. Puscht A. Habt ihr noch einen auf C? Connector, Connector ist ja noch. War nur einer. Krieg. Hol dir das Redikett. Hab mich. Zwei. Zwei. Wir haben Einsatzstil Chania, over. D-G. Naubar, Oro. Ja. Ich muss halt, dass ich nicht immer was treffe. Hier ist deine erste Hilfe, Mann. Soldatengesicht ist over. Respawn hier unten. Hier ist deine erste Hilfe. Pieper, oder? Wo waren das? Hab ich, hab ich, hab ich. Nee, Pieper, aber ich. B ist noch einer, unten wahrscheinlich, links, hinten, außen. Noch einer hinter B, links. Okay. Ja, ich sage, Unterschiede Tag und Nacht mit der Helligkeit. Probe halt, ob es noch ein bisschen mehr nett ist. Hättest du das mal vorher gemacht, ne? Jetzt gehst du richtig ab, wahrscheinlich. Nee, ich kann ja locker natürlich noch besser spielen als Gollmuth. Aber das macht schon Unterschiede, hab ich gar nicht gedacht. Aber das macht schon Unterschiede, hab ich gar nicht gedacht.